Bei Norman Sky sprach man von 18 Trillionen verschiedenen Welten. Wenn du jeden Tag seit der Geburt eines Menschens bis zu seinem 100. Geburtstag zählst, hättest du ungefähr 3,15 Milliarden Sekunden. Um 18 Trillionen Sekunden zu erreichen, müsstest du das etwa 5.699 Mal wiederholen. Das bedeutet, dass 18 Trillionen Sekunden ca. 569,2 Millionen Jahre sind. Hoffentlich habe ich mich jetzt hier nicht genug verrechnet. Aber es ist halt sau viel.